Ich ändere gerade meine Predigt ab. Ihr könnt stehen bleiben, ihr könnt euch hinsetzen, ihr könnt euch hinlegen, wie ihr möchtet. Lass uns in diesem Gedanken trotzdem noch weithin verweilen. Lass uns deiner Liebe begegnen. Lass uns weiter darum bitten, seiner Liebe begegnen zu wollen. Lass uns deiner Liebe begegnen. 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 Lass uns jeder die Augen schließen. Ich habe wirklich den Eindruck, dass der Herr uns mit einer Begegnung markieren möchte. Wir brauchen nicht noch eine weitere Kirche, versteht ihr das? Die Welt leidet nicht unter Gottesdiensten. Da gibt es genügend Gottesdienste überall auf dieser Welt. Aber es gibt nicht genügend Begegnungen mit dem lebendigen Gott. Und genau das brauchen wir, die Begegnung mit unserem lebendigen Gott. Ich möchte über die Begegnung von Maria und Martha mit Jesus begegnen. In Lukas 10, Vers 38, da geht es los. Es ist so hot. Es ist okay. Es ist okay. Es ist die Living Word. Spendige Worte. Thank you. Let it blow on through. I need a fresh encounter of his love. Do you understand? I've been following Jesus for over 20 years, but I need a fresh encounter. Seit über 20 Jahren folge ich Jesus nach und dennoch brauche ich genau heute eine ganz frische Begegnung mit Jesus. Als die Israeliten durch die Wüste gelaufen sind, gab er ihnen jeden Morgen frisches Brot. Warum? Thank you. Baptism. Taufe. Warum brauchten sie frisches Brot? Ich bin sehr verschwitzt. Jetzt kannst du es auf die Menschen drauflegen. Ich meine es nicht im Ernst. Bitte mach es nicht. Wir versuchen Sachen zu kopieren, die in der Bibel haben, die Gott einmal gemacht hat. Die Bibel passiert sind, aber wir müssen auch akzeptieren, dass sie nur einmal passieren manchmal. Jesus ist das Vorbild. Er will keine weiteren Vorbilder. Hier, Judah. Er ist mein Telefon. Das ist mein Videografer. Er macht die Videos für mich. Er dachte, jemand hat das Telefon gestohlen, weil ich es da gerade genommen hatte. Das hat er nicht mitbekommen. Sorge dich nicht. Die Batterie ist vielleicht tot. So kannst du es einfach ohne. Sorry. Wir hatten einige technische Schwierigkeiten heute Morgen. Wir waren 30 Minuten lang in einem Parkplatz eingesperrt. Gott, helfe uns, Gott. Es mangelt nicht an Gottesdiensten. Die Welt braucht tatsächlich auch keinen weiteren Gottesdienst. Und du denkst, Jake, das ist jetzt irgendwie komisch, denn genau das machen wir doch gerade jetzt. No, it's actually not what you're doing today. Nee, das ist eben genau nicht, was ihr heute Morgen macht. It's what you think you're doing today, because somebody else modeled it poorly for you. Das ist vielleicht das, was du denkst, dass du heute Morgen tun würdest, weil jemand anderes es dir vorgemacht hat. You're not coming on Sunday morning for the fullness of your Christian experience. Du kommst nicht am Sonntagmorgen wegen der Fülle deiner christlichen Erfahrung. If this is the most of Jesus you experience throughout the week, you are missing out on encounters with God every day. Wenn es das Größte ist, was du erlebst mit Jesus die Woche hindurch, an dem Sonntag, dann ist das, das kann nicht alles gewesen sein. This is not supposed to be it. Das kann es nicht gewesen sein. Like we show up on Sunday and now we're Christian. So, wir kommen sonntags und dann sind wir Christ. If that's true, Jesus was a very bad Christian. Wenn das wahr sein sollte, wäre Jesus ein richtig schlechter Christ gewesen. Das ist nicht, was Jesus für uns wünscht. And I think we can see that in the story of Mary and Martha. Und ich glaube, genau das können wir sehen in der Situation von Maria und Martha. For those of you that have never read this story before, für all diejenigen, die sie noch nicht kennen mögen, there are three siblings, Mary, Martha and Lazarus. Da gibt es drei Geschwister, die Maria, Martha und Lazarus. And Jesus kommt mit seinen Jüngern in deren Haus. That's what we're praying for, right? Dafür bitten wir, dass Jesus in unser Haus kommt, oder? Jesus, come! Jesus, come! Right? We're in this morning, we're like, Holy Spirit, come! Hier sind wir in diesem Haus. God, come! We want a fresh encounter with you this morning. Wir wollen eine frische Begegnung mit dir heute machen. Come! Come! Mary, Martha, Lazarus had this. Martha, Maria und Lazarus hatten genau das. Jesus war genau da und hing mit ihnen ab. Here's the crazy part. Und jetzt kommt das Verrückte bei der Situation. Just because he shows up, doesn't mean you'll see him. Nur weil er da ist, heißt es nicht, dass du ihn auch siehst. Because here's what happens with Mary and Martha. Jesus is sitting in their living room. Jesus sitzt in ihrem Wohnzimmer. You can read the story in Luke 10. Das kannst du in Lukas 10 nachlesen. Jesus is sitting in their living room. And where is Mary? Und wo ist Maria? Mary is at Jesus' feet. Maria sitzt zu den Füßen von Jesus. Mary is literally down at Jesus' feet. Sie sitzt tatsächlich neben seinen Füßen. And here's what it says she's doing. Und das sagt die Bibel dazu. She's not talking to Jesus. Sie redet nicht zu ihm. See, most of us, if Jesus shows up, we have a lot to ask him. Wenn bei uns Jesus auftauchen würde, wir hätten einen Haufen Fragen. In fact, yelling at God, we call prayer. Tatsächlich, wenn wir sogar Gott anschreien, dann nehmen wir das Gebet. Telling God what to do, we actually call intercession. Gott zu sagen, was er zu tun hat, das ist das, was wir darunter verstehen. Isn't that weird? Shouldn't we be asking him what he's doing instead of do what I say? Ist es nicht verrückt? Eigentlich sollten wir ihn fragen, was er macht, statt dass wir ihm sagen, was er tun soll. Prayer is not about telling God what to do. It's about asking God what he's doing. Gebet bedeutet nicht, Gott zu sagen, was er tun soll. Gebet bedeutet, ihn zu fragen, was wir tun sollen. Seine Gegenwart ist kein Zeichen von reden, sondern von zuhören. In fact, when we see Samuel in the Old Testament, it says that he's sleeping and he hears a voice call out to him. Es heißt, er schläft und plötzlich hört er eine Stimme reden. And this is what he says. Und dann sagt er, Speak, Lord, for your servant is listening. Spreche, Herr, denn dein Diener hört. Most of us, if we were like sleeping in the night and Jesus called out our name, wenn du schlafen würdest, wenn wir schlafen würden und Jesus ruft deinen Namen, we'd be like, listen, Lord, for your servant is speaking. Wir würden vielleicht reagieren und like, hör zu, Gott, denn dein Diener spricht. But that's not what Mary's doing. Das hat aber Maria nicht gemacht. Mary is at his feet, listening to every word. When was the last time you listened? We're asking him for love, but would we even know his voice if it spoke? Like, I don't need caller ID on my phone to know my wife's voice. I know what she sounds like. Because I love her and I've spent time listening to her. Parents get this. Liebe Eltern, hört mal zu. You lose your kid and you hear the voice. It doesn't matter if there's a thousand kids there. You know exactly what your child sounds like. Jesus says this. He says, I'm the shepherd and the sheep know my voice. See, most of us are led by the church. We should be being led by the voice. Die meisten von uns sollten bei genau dieser Stimme geleitet sein. We're not supposed to be led by pastors. We're supposed to be led by the voice. Wir sollten nicht geführt werden von unseren Pastoren. Wir sollten geführt werden von seiner Stimme. In fact, good pastors lead you to the voice. Und noch viel besser, gute Pastoren leiten dich zu seiner Stimme. No, 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 Pastor, what should I do? Listen. Yeah, 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 but then what do I do? Yeah, but then what should I do? Listen. Yeah, but then what? No, listen. In fact, anybody want me to prophesy over them this morning the will of God for their life? Anybody? I'll prophesy over everybody who wants it. Go for it. Anybody want the will of God for your life this morning? Just raise your hand. I'll get you, I'll get all of you. Just raise it real high. I want to see, just get it real high. We'll start over here. Just raise it real high. It's going to be great. Okay, raise your hand. You want the will of God for your life? Okay, we'll start over here. It's the same for all of you. The will of God for every human being. Are you ready? To love the Lord your God with all your heart. all your mind with all your soul and all of your strength. That's it. That's it. Oh, no, no, no. Yeah, yeah, Jake. No, no, Jake, I know. Ja, Jake, I know. But then what do I do? Love the Lord your God with all your heart with all your mind all your soul and all your strength. Yeah, I know, I know. Yeah, I know. I know. Yeah, yeah, yeah. But then what do I do? Aber was soll ich denn dann tun? That's it. Das war's. Okay, no, 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 Jake. Okay, listen. Ja, Jake, hör zu. What job should I take? Welche Aufgabe soll ich dann annehmen? Nobody cares. Das ist ziemlich egal. Including God. Schließ Gott einfach mit ein. Which one do you like? Welche Aufgabe du möchtest? Pick that one. Nimm, wähle. And then love the Lord your God with all your heart with all your mind with all your soul and all your strength. Okay, yeah, yeah, yeah. But what school should I go to? Okay, und dann zu welcher Schule soll ich dann gehen? Who cares? Wen interessiert's? Pick one. Wähle einen. And then love the Lord your God. And then, lieb Gott den Herrn. Do you see where this is going? Äh, spürst du, wo es hingeht? Life is way more easy than we're making it. Unser Leben ist ein ganzes Stück einfacher als wir es selber machen. Because the goal is not what you do Denn das Ziel ist nicht, was du tust but who you're devoted to. But wem du es widmest. Am I doing it for me? Tu ich es für mich? Or am I doing it for his glory? Oder tu ich es zu seiner Ehre? That's why he says do everything you do Deshalb sagt er tu alles, was du tust in work or in deed egal ob in deinem Tun du es alles for the glory of God. Zu seiner Ehre. So who cares what job you have? Also ist doch egal welche Aufgabe du annimmst. Just do it for his glory. Mach es zu seiner Ehre. Who cares what school you go to? Wer kümmert sich welche Schule du gehst? We're like in a panic. Dann starten wir irgendwie panisch zu reagieren. Was machen wir? Love him. Lieb ihn. And listen to him. Und hör ihm zu. Because if you love him you will listen to him. Dann wirst du ihm zuhören. So Mary is at his feet. Also da sitzt sie Mary. Die Maria an seinen Füßen. Und hört zu. Denn sie ist verliebt. Sie ist in Liebe. She's listening because she's in love. Sie hört, weil sie liebt. Und das wiederum treibt ihre Schwester in den Wahnsinn. Denn die wahre Liebe für Jesus die greift so manche Religion an. Und wenn du Jesus so richtig, richtig liebst, dann sind auch viele Kirchengänger echt frustriert mit dir. Listen man, why can't you just go to church and that's enough? Hey, warum können wir nicht einfach nur in die Kirche gehen und dann ist auch gut? Why you gotta be like loving him all the time? Wieso müssen wir jetzt noch plötzlich die ganze Zeit lieben? Why are people upset? Warum regt es Leute auf? Because you loving like that shows them that they're not really in love. So Martha is upset. Martha, she comes out of the kitchen. Because she's busy cooking a meal for Jesus. Because she's not in love with Jesus. She's working for Jesus. She's not so sehr in der Liebe mit Jesus. She macht lieber was für ihn. Oh, I'm sorry, that doesn't sound familiar. Ah, das klingt jetzt nicht so ganz gewohnt für dich. I serve at church all the time. Ich diene in der Kirche die ganze Zeit. I give my tithe every week. Ich gebe meinen Zehnten auch jede Woche. I went on the missions trip. Und außerdem gehe ich noch auf Missionsreise. I pray for the sick on the street. Ich bete noch für die Kranken auf der Straße. Do you love him? Liebst du ihn? None of that means anything. Unless you love him. Es meint alles, all diese Dinge bedeuten nicht so lange, bis du ihn liebst. So Martha is mad. Also ist Martha echt. Because she's working for Jesus. Denn sie arbeitet für Jesus. And she's busy sitting at his feet. Und die Maria, die ist damit beschäftigt, zu seinen Füßen zu sitzen. Und dann sagt Martha, Jesus. Jesus. It's intercession. Also so. Zwischengespräch. Jesus. Jesus. Show her she's wrong. Zeig ihr, dass sie falsch liegt. Die Maria. Someone radically in love with Jesus, sitting at his feet. Also jemand, der radikal in Liebe steckt mit Jesus, sitzt zu seinen Füßen. The religious person working so hard for God. Da kommt die religiöse Person ums Eck und die arbeitet so hart an Jesus. Sieht jetzt plötzlich eine andere Person in Frieden und radikal in dieser Liebe mit Jesus. Und fühlt sich verletzt. Angegriffen. Jesus. Jesus. Show them their wrong. Zeig ihr, dass sie falsch liegt. Und dass sie faule ist. So reagiert Jesus. I love this. Ich liebe das sehr. Er sagt zwei Dinge. Martha. You're full of anxiety. Du bist voll von Angst. Did you hear what I just said? Hast du mich gehört? Some of you in this room are dealing with anxiety. Einige von euch hier, die haben gerade mit Ängsten zu kämpfen. You are stressed out. Ihr seid voll gestresst. And God says, it's because you're working for me. Und Gott sagt zu dir, es ist, weil du für mich arbeitest. Anstatt mir zuzuhören. Du bist von all den Dingen umgeben und gestresst, die nur vorübergehend sind. Frieden kommt, wenn du dich zu meinen Füßen setzt. Bedeutet das, dass wir nichts mehr machen? Nein. Es bedeutet, dass was auch immer ich tue, ich reagiere zu was ich an seinen Füßen erlebt habe. stellt eine Reaktion darauf dar, was ich zu seinen Füßen erleben durfte. Wenn meine Frau etwas von mir benötigt, oder meine Kinder haben ein Bedürfnis von mir, dann reagiere ich darauf, denn ich liebe sie. Jeder, der Kinder hat, der versteht das. Also, mal wirklich ehrlich. Kinder, meine Sachen zu brauchen, die ganze Zeit. Und die sagen auch nie Danke. Vor allem die wirklich kleinen. Du fütterst die den ganzen Tag. Und dann hauen sie dich, wenn sie Teenager werden. Ja, dann essen sie wieder und schlafen. Niemand würde freundlich zu einer Person, die sich so verhält sein, außer es ist ein eigenes Kind. Verstehst du, was ich sage? Kannst du dir irgendjemand anderen in deinem Leben vorstellen, den ich so behandeln darf? Aber wenn es deine Kinder sind, du sagst, hey, buddy, wir müssen hier was lernen. Wir sollten irgendwie reifen. Aber ich mache dir jetzt erstmal ein belegtes Brot. Weil wir es aus einer Liebe heraus tun. Die müssen doch nicht mal adäquat darauf reagieren. Wir wählen das Richtige. Also wir machen das aus einer Haltung der Liebe heraus, anstatt der Haltung der Arbeit. Der Arbeit und der Tätigkeit. Und Jesus points this out. Martha, the reason you're offended is because you're full of anxiety. Und das ist genau, was Jesus für uns hervorhebt, zu sagen, Martha, du fühlst dich angegriffen, weil du voller Ängstlichkeit bist. Er sagt, Martha, you're worried about a ton of stuff that you don't have to be worried about. Er sagt, Martha, du sorgst dir um so viele Sachen, worüber du gar nicht besorgt sein musst. Und das sind die zwei Dinge, die er Martha mit auf den Weg gibt, die wir alle für uns verstehen sollten. Er sagt folgendes. Erstens, Mary, sie fand die eine gute Sache. Wie viele gute Sachen? Wie viele? Wie viele? Nur eine Sache. Er sagt, Martha, guck, da gibt es eine Sache, die Maria gefunden hat. Ist das nicht, was Psalm 27 sagt? David sagt, es ist eine Sache, nach der ich um dich bitte. Es ist eine Sache, nach der ich mich sehne. Und zwar, im Haus des Herrn zu sein, für die ganze Zeit meines Lebens. Und seine Schönheit zu betrachten. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Jesus wiederholt das. When he says, hey Mary, hey Maria, that thing that David was looking for in Psalm 27, die Sache, nach der David in Psalm 27 schaute, Mary found it. Maria hat sie gefunden. She's here. Da ist sie. At my feet. An meinen Füßen. Doing the one thing. Die eine Sache macht sie. Wie viele guten Sachen sind es? Wir müssen es anfangen zu glauben. If we don't believe it, we'll fill our life with good things and we'll miss out on the one good thing. I think that's what he's inviting you guys into as this church launches. Und genau das glaube ich, dass er euch als Kirche einlädt dazu, während das hier so jetzt in diese Neuera geht. Willst du eine Familie sein? Wollt ihr eine Familie sein, die lauter gute Sachen findet oder diese eine gute Sache findet? Ihr müsst entscheiden. Was wollt ihr? Ein Haufen guter Sachen? Oder eine gute Sache? Wollt ihr für Gott arbeiten oder zu seinen Füßen sitzen? Könnt ihr euch vorstellen? Jesus sitzt in ihrem Haus und Martha steht in der Küche. Was? Was? This is insane! This is fucked! Can you imagine? We're up here worshiping. Yes, God, come! Wir stehen hier oben und preisen den Herrn. Jesus walks in the side door. Da kommt Jesus zur Seitentür rein. He just kicks the door open. Er kickt die Türe auf. Und die Hälfte von euch holen sich erstmal einen Kaffee. Er wird sicher nicht durstig sein, weil er hat einen weiten Weg hinter sich. Vielleicht braucht er noch ein paar andere Sachen. Lass uns noch ein paar Brote schmieren. Are those things bad? Sind die Sachen schlecht? No! No! They're not bad! Die sind nicht schlecht! But we're doing it because we don't actually know who we are. Aber wir machen es, weil wir nicht wissen, wer wir sind. When he comes into the room. Wenn er in den Raum hineinkommt. So we're still trying to prove ourselves. Also versuchen wir uns zu beweisen. Hey, I really like you! Watch how much I can do! Hey, ich liebe dich wirklich! Guck, was ich alles tun kann! Menschen, die wissen, wer sie sind. Die gehen sofort zu seinen Füßen. Denn sie haben nichts zu beweisen. Und sie wollen keinen Moment seiner Gegenwart verpassen. Und schaut, was Jesus darauf antwortet. Er sagt, sie fand die eine gute Sache. Und dann sagt folgendes. Nie von ihr weggenommen werden. You want the Jake paraphrase? Willst du mich das Ganze nochmal in andere Worte packen hören? Jesus says, And I'm going to defend her. Ich werde sie sogar verteidigen. And no one will take the one thing she's found. Und niemand wird diese eine Sache mehr von ihr wegnehmen. See, everybody wants Jesus to defend them. Jeder will Jesus haben. Warum verteidigst du mich? Warum verteidigst du mich nicht, Jesus? Weil er sagt, ich bin hier und du bist da drüben. Ich würde ja zu dir kommen, aber du willst gar nicht, dass ich zu dir komme. Du willst dich doch nur selber beweisen. Wisst ihr, wie die Bibel dazu sagt? Selbstgerechtigkeit. Da, wo ich mich selber meine beweisen zu können, da brauche ich dich Gott nicht. Ich mache es in eigener Kraft. Es geht um mich. Und er sagt, das kannst du machen. Ich würde aber es lieben, dich zu verteidigen. Du willst, dass ich dich verteidige, dann komm zu meinen Füßen. Du willst, dass Jesus für dich kämpft? Dann geh zu seinen Füßen. Ich glaube wirklich, dass er euch als Kirche dazu beruft. Dass er diesen Campus dazu beruft. Diese Familie hier dazu beruft. Dass du die Familie der einen Sache sein würdest. Dass das ein Haus der einen Sache wird. Dass das sogar über uns gesagt wird, dass wir nicht von anderen Dingen abgelenkt sein werden, sondern nur für die eine Sache rennen. Wir kümmern uns nicht darum, was andere Kirchen in dem Fall machen. Wir interessieren uns nicht, wie andere Kirchen es machen. Wir gucken, dass wir ihn finden. Und darum geht es. Und wenn wir ihn haben, das ist alles, was zählt. Ich glaube, dass aus dieser Kirche heraus sogar ein Haus des Gebets entstehen wird. Dass manche von euch so sehr in Liebe mit ihm fallen. Dass sie Tag und Nacht ihn Lob reisen und zu ihm beten wollen, in den neuen Räumlichkeiten ihr beziehen werden. Und es wird nicht aus dieser eigenen Kraft heraus geschehen und von Dingen, die ihr tun und erlebt. Es ist, weil viele von euch wirklich diese Liebe mit ihm entdecken. Und wenn diese Liebe entdeckt ist, dann wird es mehr und mehr zu dieser Leidenschaft entdecken. Die Sonntage werden nicht mehr reichen. Kleingruppen werden nicht mehr reichen. Ich möchte mehr mit ihm sein. Und ich möchte mehr mit Menschen umgeben sein, die ihn auch so lieben. Ich möchte mehr Lob reichen. Ich möchte mehr beten. Ich möchte mehr in der Atmosphäre Gottes Atmosphäre sein. Amos sagt, dass Incenten Tag und Nacht passieren würde. Das ist, was wir nachher gehen. Die Gegenwart Gottes. Und wir werden es niemals verlassen. Tag und Nacht. Tag und Nacht. Nacht und Tag. Wie sieht es dann aus, wenn es passiert? Das ist eigentlich verrückt, denn in Johannes 11, lass mich damit schließen. Der Boden ist nicht so bequem. Hier ist, was passiert. Lazarus stirbt. Their brother stirbt. Also ihr Bruder Lazarus stirbt. Mary and Martha's brother Lazarus stirbt. Also der Bruder von Maria und Martha, Lazarus, stirbt. Und so wie jeder gute Freund es macht, drei Tage später kommt auch mal Jesus vorbei. Und hier ist, was passiert. Und hier ist, was passiert. Guess who runs up to Jesus first. Frag dich mal, wer als erstes auf Jesus zurennt. Martha. Martha. Because she's the harder worker. Sie ist ja die harte Arbeiterin. She runs up to Jesus. Rent also sofort auf Jesus zu. And she says, Lord, if you were here, Herr, wenn du hier bist, my brother would not have died. Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. And he goes, this is Jesus' response. And this is Jesus' response. Surely he will rise again. Natürlich wird er wieder aufstehen. That's it. That's it. Isn't that what she just asked for? Is this, worum sie gebeten hat? That's literally what she asked for. That's it, worum sie gebeten hat. Lord, I wish my brother was alive. Herr, ich wünsch dir, mein Bruder wäre noch nicht. And he goes, surely he will rise again. Und er sagt, ja klar, machen wir das. That's when we throw a party. Amen? Und dafür schmeißen wir eine Party. Woo! Jesus weiß, wie er meine Gebete beantworten muss. Hier ist das Problem. Sie weiß nur nicht, wie sie zuhören muss. Also sagt, zieh darauf. Mit wirklich guter Theologie. Sie ist nämlich ein guter Christ, eine gute Christin. Jesus. Jesus. I know that in the end, he will rise again. Ich weiß, dass am Ende er ja wieder aufstehen wird. And Jesus is like, yeah, I know, I wrote that. Ja, ich weiß, sagt Jesus, ich hab's ja auch geschrieben. Und in fact, Jesus' response to her is, why don't you go get your sister? Und er sagt sogar noch zu ihr, warum holst du nicht noch deine Schwester dazu? How do I know that's what he said to her? Well, weiß ich, dass er das zu ihr gesagt hat. Because the very next verse is Martha finding Mary and saying, the Lord is looking for you. Denn im nächsten Satz steht auch geschrieben, dass Martha Maria findet und sagt, der Herr sucht nach dir. So now Mary runs to Jesus. Also rennt jetzt Maria auf Jesus. And prays the exact same prayer. Und bitte ist genau gleiche gewesen. Exact same words. Gleiche Worte. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Zwei verschiedene Herzen. Zwei verschiedene Positionen vor Gott. Gleiches Gebet. Gott hat genau es so niedergeschrieben, sodass wir alles erkennen dürfen, was der Unterschied ist zwischen Intimität und Arbeit. Eigener Kraft. Und was sagt Jesus jetzt? The shortest verse in all of the Bible. Kürzeste Version überhaupt in der Bibel. Do you know what it is? Kennt ihr es? Jesus wept. Jesus schlief. Weinte. Thanks. Jesus weinte. Jesus weinte. Why didn't he cry when Martha said it? Warum hat er nicht geweint, als Martha es gesagt hat? Because Martha had works, but Mary had his heart. Weil Martha gearbeitet hatte aus eigener Kraft und Maria hatte sein Herz. And so he weeps with Mary. Also weint er mit Maria. He gives good theology to Martha. Er gibt gute Theologie an Martha. And you know what he says to Mary? Und wisst ihr, was er Maria sagt? Take me to the tomb. Bring mich zum Grab. Und Jesus lässt Lazarus auferstehen. You want to see miracles? Get at his feet. Stop trying to figure out how to pray for the sick and just get at his feet. You want to see more people saved? You want to see your city transformed? Ihr wollt diesen Stand transformieren? Perfect. Get at his feet. Super, dann kommt runter zu seinen Füßen. We don't need a better program. Wir brauchen auch kein besseres Programm hier. The program is just going to make you anxious. Das Programm macht dich eher ängstlich. It doesn't mean we shouldn't plan. Es heißt nicht, dass wir nicht planen sollten. It means that the moment the plan doesn't go according to plan, Es bedeutet eher nur, dass wenn der Plan nicht eintritt, wie der Plan ist, It's okay, because we weren't looking for the plan anyway. We were looking for him. Dann ist es auch in Ordnung, weil wir nie nach dem Plan gestrebt haben, sondern nach ihm. You want to see encounters? Get at his feet. Ihr wollt Begegnungen dieser Art erleben? Dann kommt zu seinen Füßen. Miracles, Signs, Wunders, get at his feet. Wunder, Zeichen, Durchbrüche, kommt zu seinen Füßen. You want to see the same thing that happened in the Bible, happened in your neighborhood? Get at his feet. Wenn ihr wollt, das gleiche in eurer Nachbarschaft passiert, wie hier in dieser Bibel, Find the one good thing. Find the one good thing. Let's stand together. We're going to pray for this. We're going to pray for this. Vielen Dank.